so da wären liefe liefe sag mal einer was hallo auch mal reden kontinuierlich bitte ok wir haben ungefähr die gleiche lautstärke ok das packen und ich starte doch einfach mal hätte man die karte sich einprägen soll also ich bin deshalb geschmissen worden weil wieder auf dem mikrofon zugegriffen ja ich weiß es doch was mich wieder ins spiel doch das wird euch auch passieren so ich habe den tag nein warum habe ich den tag nein nicht wollen wenn ich schön warum betting vor lobby server ja geht es noch mal weil die ports sind immer noch frei das muss gehen ich bin ja auch nicht der freund ich bin der bruder ha 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 hat über steve amarschetech nein ja das habe ich auch gerade gefragt was seid ihr überhaupt ich sehe dich nicht gespawnt sein ist aber gespawnt immer geht sein ping runter das ist schon mal gut auch die meldung bekommen müssen wir uns jetzt erst finden oder was oder kämpfen gegeneinander oder wie ist das hier keine ahnung von dem spielmodus ah im ready oh fuck die frage ist trotzdem ist das gegeneinander oder miteinander gute frage so letztens konnten wir auch aufeinanders schießen wo wir eigentlich miteinander hätten spielen müssen alle häuser haben geschlossen oder fahren ja ok ich habe gerade auf marvin geschossen wir sind aber in einem team ich habe da war ich habe auf marvin geschossen ich habe auf dem sven geschossen ich habe auf dem sven geschossen also da kommt man nicht rein ich habe geguckt man man sieht zwar interieur aber tatsächlich kommt man da nicht rein ja oder vom rasenmäher überfahren aber wir müssen hier lang wir haben haus gefunden wo man rein kann echt ich nicht naja wer hat denn hier irgendwer hat und da steht da rechts drinnen hm nicht mit draußen ja da steht aber irgendein typ ja ja das ist der survivor den wir retten müssen wo bist du marvin bei dem neben dem haus drinnen ja und wieso kommt ihr nicht in das haus rein auf bei dem typen komm ich in den haus rein nur in kein anderes guardfuss ich komme zu dir marvin zu deiner taschenrampe ja ja du bist wieder die chica mit dem schicken arsch ey wie kommt man denn da rüber du musst hinterm haus durch den garten durch durch einen ja ich crash mich nicht hab ich mir jetzt durch einen headshot gegeben das wäre auch gewesen der geist hutet er hutet oh gott er hutet find a civilian be sure to provide them with cover da er hutet meine taschenrampe flackert ja ja dann müssen wir echt noch mal spielen one of you grabbed this weapon hey ich hab auch eure schüsse aber ich seh euch nicht du hast du hast du hast guck mal auf dein handy da siehst du so ein so ein navi ah ich hab übrigens zwei knarren gefunden du auch also eine eigentlich und einen aufschläger und eine nage kann das denn dass wir uns hier verbarrikadieren müssen weil hier gibt es eine nageplistole ja dann verbarrikadieren wir uns mal aber ich hab keine ich hab keine idee wo wir you have reached your destination ja wir müssen uns hier verbarrikadieren glaube ich das kann ich nicht das machen ich auch nicht haben wir das holz geholt die nageplistrolle irgendwie that you must äh ausprobierring ja ja ich hab ne ak gefunden ja ok das dauert dafür nur länger kann das sein dass man unendlich die muni naja geht schon nicht hier wird die muni gartner angezeigt ich glaub mir schon ich hab dir den Kopf geschossen oh mein gott ich hab ihm in den Kopf geschossen haaaaaaah das tötet leute nein das war jetzt so und du scheiße bist du schon drin außerdem ja mach zu und die fenster verbarrikadiert die fenster auch wo seid ihr noch gleich? das haus runter bei dem krankenwagen oder wo? ah da seid ihr wo ist hier ne feierarm? keine ahnung irgendeiner hat ne feierarm übersehen ach jeselin ach jeselin da liegt ein scheiß klein da liegt ein scheiß klein ok jetzt müssen wir raus jetzt müssen wir raus marvin wir haben schon überhaupt ja einen zugemacht ja keine ahnung mach mal hier die tür wieder auf wie geht das? fast way to move maus 4 maus 4? ach mit der nail gun krass ähm ich hab die Nachricht gesehen aber ich fühl's grad zu blöd ah ok soll jemand hier die Bretter abmachen? würd ihr gern durch oh fack auf alter na du hast das Feld in der Garage eingesperrt haaaaaaah haaaaaaah hat er dem Feld in der Garage nehm hier doch mit den nail gun irgendwie mit mit irgendeiner taste äh mit der Maus fast die geht nicht hab ich gehalt muss man kurz ziehen zu müssen ok bruder er verweistet ja komplett die Ammo ja das ist für euch vielleicht hat er hinten plus Munition ne jetzt füllen wir auf den ach ja tatsache Ammo 59% aha da kann er drüber tettern wir nicht find ich sehr äh war das halt ohja er hat er hat Waffen gefallen lassen das was? nur GPS Signal was? das war's? jetzt haben wir einen anderen ah ok jetzt müssen wir einen anderen extracten alles klar also wir müssen scheinbar Leute extracten dadurch bekommen wir dann zur Belohnung wieder Waffen und Munition auf den kommt ihr! lenken sie mich zurück ist ja so alter guckt aufs Navi aufs Handy Handy auspacken Oh, was war das? Ja, das war gerade ein Mega-Lag So, ich habe das Haus gefunden, wo wir als nächstes rein müssen Ich habe nicht gebeamt Ne, der ist AFK Also, er wird sterben Hier, wo die Taschenlampe flackert Hast du noch die Nagelpistole einstecken, Martin? Okay, dann kannst du direkt mal die ganzen Fenster und Türen verrammeln Aber wofür müssen wir das machen? Ja, wir müssen hier einen Zivilisten finden Und hier kurz aushalten, bis die Zaubiwelle vorüber ist Und dann können wir den Typen wegbringen Ich muss gerade nur Bescheid sagen, wenn ihr Holz findet Hier ist eine Nagelpistole In der Garage, Garage, hier Hier, 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 da ist Holz, oder? Rechts, 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 rechts Ah, perfekt Oh, hier kann man raus Ich habe den Überlebenden gefunden Bum Oh, es fängt an Das ist ein Wildchild-Typ Das ist so ein Polizist mit so einem fetten Helm Der kommt, oder der, den wir beschützen müssen? Den wir beschützen müssen Okay Jetzt endlich mal geht es doch Die Klettert hoch, die Klettert an der Außenfassade hoch Der ist der Leiter, die Klettert an der Fassade hoch We need someone to grab this nail gun and secure the location I found extra ammunition Arvin, du musst hier oben im Badezimmer die Tür fabrikadieren Ja, schon hoch Da, 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 da Da, 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 da Die klopfen oben am Fenster Badezimmer-Fenster Der ist drinnen, der ist drinnen, der ist im Badezimmer Ich bleib oben, ich bleib oben Sven Der ist hier in dem Raum, hier ist der drinnen I've come across a firearm Come with me I've got your back We can hold them off, here I gotcha We need someone to grab this nail gun and secure the location Alter, ich hab die in den Kopf geschossen Alter, ich hab die in den Kopf geschossen Alter, ich hab die in den Kopf geschossen Okay, wir müssen ihn extrahieren Ich hab ihn hinter mir Er folgt mir Wenn ich mich jetzt kaputt machen soll Wer ist offen jetzt Er ist drauf zu hauen, na gut Gut, ich guck mal aufs Handy, wo wir hin müssen Wir müssen nach rechts jetzt hier, Straße rechts Da kommt ein gefanzerte Bulle Ich würde sagen, ein Ex-Kollege Hey, what the fuck, was hält der aus? Der hat noch ein Bord hier, der Bulle Ja, hier müssen wir ihn hinbringen, Marvin Bulle haut jetzt ab und jetzt kriegen wir, glaub ich, wieder Geschenke Yeah Tech-9, toll, hat nur der Tech-9 gedroppt Keine Munition? Doch, da Munition way Oh, ein Revolver Da hat ein Revolver gedroppt Ja, wir haben das Scharschüsse, wenn wir haben Wir können uns noch dafür Entschuldigung, nein So gut, das nächste Ziel wäre hier rechts lang Wir haben eine M4 Ich hab ne AK und ne Schrotflinte, danke Ich hab ne AK und ne Schrotflinte, danke Boah, dann nimmst du Flinsch doch Da hat ich die hier Ja, die Tech-9 schmeißt die weg, Alter I found a weapon Das Ding da Da wächst eigentlich schon tot oder lebt er noch? Gute Frage Er ist rausgegangen Achso Der Vogel fliegt sehr komisch So, wo müssen wir hin? Ja, immer mehr nach Hier im Kreis, das Haus hier gegenüber, im Kreis geradeaus Da wo das Auto und die Scheinwerfer steht Das ist unser Target We have to barricade this area Marvin, du weißt, was du zu tun hast Holz finden, wir barrikadieren Marvin? Ja? Äh, okay, hier ist kein Holz Ich hab gedacht, hier ist Holz Wir haben Holz in der Bruder Hier liegt eine Schrotflinte in der Garage Wahrscheinlich im Keller, oder? Oh, geiler Keller, Alter Ja, hier unten im Keller liegt Holz Okay, die Feinde rücken an Wo kommt man hierher hin? Oh, auf einmal hier ist Beide an der Haustür Hier ist schon einer gefunden Der ist glaube ich oben im Stock oder so Der ist im Ketterzimmer Aber hinter uns Scheißdreck Weil wir gehen die anderen Ausgänge verteidigen Erstmal Ja, ne, du verwerfst Ich kann ja erst da, wo ich nicht bin Weil da, wo ich bin, kann ich ja bewachen Macht Sinn, ne? Oh, fuck, fuck Hilfe, 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 ich werd gepresst Alter Alter Die Schlllllllllll Leibige Kuh, ey Du hast es gefressen? Ja, die hat mich von hinten gepackt Ich konnte nichts mehr machen Und hat mich dann gebissen in den Hals Das weiß man nicht Okay, die können auch rum Durch das Schlafnimmer kommen Gut, ich kann durch das Wetter durchschießen Das finde ich sehr gut Die kommen auch, deswegen sind gleich schon mal durch den Keller durchgekommen Was kommen die durch den Keller? Ah Ah Ja, schon mal auf dem AKI Ich hab mal gradiert oder nicht? Lebt ihr denn nicht? Die können immer weiter Ja, ja, bleibt da unten Ich hab den ersten Stock Ja, er ist erdgeschoss Ersten Stock hab ich Okay Kann ich unten irgendwas zumachen? Nee, komm jetzt nicht runter und ich bleib' da Ah, hier hinten bin ich Alter Die kann man nicht in die Pops schießen Die sind in der Küche Hier Da ist Kier Hier Ich hab die glaube ich auch wieder durch den Keller Ja, Keller durchbruch Okay Extrahieren Wo ist der Typ? Ich hab'n Schleppt's auch Oh, hier Marvin hinter mir hinter hier Habt ihr schon geguckt, ob hier noch irgendwo Munition liegt? Ja, ich bin oben alles durchgegangen Okay, perfekt Warum der Typ? Okay, wir müssen Peter Okay, wir müssen vorderhaus hier raus Ich glaub wir müssen An den selben Zaun, wo wir gerade eben waren Folgt mir, folgt mir Aufrücken, aufrücken Aufrücken Ja, ich vermisse alles raus, komm Ja, her damit Ohne Granate Hier, ich mach mal hier Muni Drop Oh toll Ich hab nur die Schlafschütze Hier kommt gar nichts Hier kommt gar nichts raus Ja, wieder Muni Drop Ich hab'n Kretsch gebraucht wegen Wolver Achso Nur die Ja, vielleicht einfach eine Pumpgun holt Ja, ich hab ne Pumpgun, aber ich hab volle Munition Ja, ich hab keine Pumpgun Okay, äh Ich hab nur die Tumgewehre Die normale Tumgewehre Die normale Tumgewehre Sven vorne an der Straße links Ich gucke aufs Handy, ich hab's ja nie im Auge Ah, ich hab's Handy im Auge Ah, ich hab's Handy im Auge Oh man Hol's raus Ne, das war die Veranstasse Äh, Kreisel rechts, Haus Rechte Seite Wer ist? Ja, da wo die Stand ist Ja, ja, da wo die Stand ist Ich war ein paar Dierer direkt Ich hab nämlich, ähm, diesen Hals und gerade eben mitgenommen Okay, der Typ ist unten, ich bring den nach oben Komm mit mir Ja, Alter Oh, das sind zwei Das sind zwei Oh, gegen die Körperteile gerade Sie können nicht hier rein Hier oben ist ein M1 Grand Ne, ähm, hol sich nicht Bescheid sagen, bitte Ja, ich muss grad den zweiten Überlebenden nach oben schaffen Komm her Ja Naja, den Kretter Komm mit mir We can hold them long We can hold them long Come on This way Oh, fuck off, Alter, ey Das sind sogar drei Echt? Drei? Ja, da liegt noch einer Ähm, im Schlafzimmer ist noch einer Ja, geil Ähm, Idioten blocken die Tür Ich hab's nicht Ich hab's nicht gehört Ich hab's nicht gehört Oh, shit Alles klar, die kommen da rein, Alter Scheißdreck Da Ich hab's nicht gehört Komm mit mir Ich bring dich hier in den Raum Hier scheint sicher zu sein Stay here We can hold them off Here Komm, ich komm mit dem ersten Stock rein Ja, da hab ich nochmal durch die Küche hier Come on, this way Come on Ja Ich habe alle drei Ziele rieben obensicher Verbarakanierung Ich halte Wache vor der Tür von den Alle Türen zu zurück vom ersten stock Jo Wo oben Wo alles mit Hier das Fenster Marvin, da könntest du mich für barrikadieren Hier, bei mir Ja, und die Türen hier oben, barrikadieren dann Ja genau, das Fenster Oh fuck Oh fuck Alter, kann man nicht durch die Scheiß-Kür durchschießen? Okay, ich hole die Ziele Okay, ich habe alle drei Targets Ja, wir gehen zur Vordertür Okay, bin vordertür, bin raus Alle Ziele hinter mir Wo müssen wir hin? Ich hoffe, die falsche Richtung, wir müssen durchs Haus, wir müssen hinten raus Wir müssen hinten ums Haus rum Oh fuck, Riot Alter, irgendwie ist mir vorne in den Schuss reingebaut Das war der NPC Nee, der Marvin war da Das ist der Marvin Hier lang Hier vorne ist eine Absperrung nach dem Zaun Nach dem Zaun ist Absperrung Ups, ich habe den Okay, die schmeißen ihre Knarren weg Da hatte ich noch eine Pistole, entladet die Pistole Ja, der lädt mir ja auch falsch, hat er gesagt, mit E Ja, ja, wenn man ein E drückt Hier, ich mache nochmal Ammo-Drop Ja, ich mache halt auch noch Nein, ich habe alles herversteckt Ja, und Guten Abend Hallo Hi Ich brauche noch keinen, kann ich so aufzuheben, ja Ich brauche noch keinen, kann ich so aufzuheben, ja Okay, wir müssen den selben Weg zurück Hier ist eine Weapon Achso, scheiße, warte mal, ich muss mich mal kurz im TS Wer hat, gehen wir mal im TS, bitte gerade die Live-Gruppe und switch mich bitte oben in meine Matrix Ja, ich defende dich Ja, ich defende dich Ah, danke, dann bin ich jetzt dran Ah, ich lag jetzt kurz und müssen was Ah, ich lag jetzt kurz und müssen was Nein, das geht jetzt ja Du willst mehr? Hat er jetzt nur mich gemufft, oder was? Der Bernd hat nur mich gemufft, sag dir mal, er soll euch auch muven Geht doch, dankeschön So Marvin, hier lang Oh scheiße Spielschwere Minimäten Nein Ja, wir defenden dich, alles klar Ja, wir defenden dich, alles klar Okay Jo, bin wir, mehr oder weniger da Ja, danke Wollen wir das werden, wenn es fertig ist? Ah Ah Wer bin ich denn nicht, verdammt Ja Ich bin die Straße da unter Wagen links Den übernehme ich da vorne Den übernehme ich da vorne Ah, ich glaube der hat Revolver und die zugedroppt für dich Nein, nein, der hat eine Handybombe gedroppt Ja, okay Hier vorne ist auf Wagen Ja, genau das Haus hier Ja, genau das Haus hier Da sind drei Ziele wieder drinnen Ich springe die wieder hoch irgendwo in den ersten Stock Wenn wir die finden Boah, endlich ne Shotgun Wer hat die Krater unten leer gemacht? Das war ich Hm Wir haben schon Targets am Haus, wir haben Targets am Haus schon Woher Woher Na klar Wir haben jetzt den ersten Stock Komm jetzt in den ersten Stock verdammt Ah, hier Was kommt her hier bei dir? Wohler 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 Oh scheiße, die kommen hier rein Fache Oh fuck Zwei Nein, eine Die waren die Jungs Nein, die waren die Jungs Boah, Hilfe Steine 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 Weil die immer schwerer sind Ich glaube ja Komm mit Me Fache Ich habe alles rein Ziele wieder in einem Raum Securet Steine 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 Das ist das Game-Modell schon so lustig. Fangen wir den Fall zurück in den ersten Stock. Alter, was... Au, du sollst dich für mich anschießen. Alter, was macht denn noch Schaden? Ah, fett auf! Ah, ich hab keine Ruhe gezogen! Okay. Du hast auch gerade nachladen. Ich hab schon gedacht, du hast mich angeschossen, ey. Ne. Let's close that door! We're receiving moisture. So. Was ist denn mit dieser Knarre los? Ah, fack! Ist echt zielsicher, diese Knarre, ey. Oh'n Scheiß. Hallo! Hallo! Oh, durchgebrochen, Marvin. Oh, das ist echt die Knarre. Das ist echt die Knarre. Ich weiß nicht, die Vollidioten blockieren schon wieder die Tür, Alter. Du breit mal das Holz. Okay, ich habe die Targets. Oh, die sind auch des Soldiers reingekommen, aber die haben sich selbst verleidigt. Wir müssen runter. Boah, Alter! Boah, Alter, Alter, bitte! Hilfe, Hilfe! Ich bin dabei, ich bin dabei! Boah, was war das denn, ey? Hab dich von hinten gegriffen, da war ich auch draußen. Ich bin draußen. Ich bin hier draußen. Ich bin hier draußen. Ja, ich bin hier draußen. Ich bin hier draußen. Ich bin hier draußen. Ich bin hier draußen. Boah, Medikit. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Ja, doch, ist richtig. Hier lang. Ich bin hier draußen. Ich bin hier draußen. Ich bin hier draußen. Achtung, Achtung mal, wir sind hinter dir! Oh fuck Wird losgedacht, ey Ok, wir müssen heute die Straße wieder links fahren Oh bitch Marvin? Jo, unterwegs Also das ist Extraction, aha Links zwischen den beiden Häusern lang, zwischen dem weißen und dem roten Da muss das Haus genau gegenüber sein, das grüne Ok, wir haben da wahrscheinlich die nächste Extraction Zone direkt Bevor es zu late ist Ok, es werden rein Haben wir verbarrikadiert Ich suche die Überlebenden Hinten sind zwei große Fensterfronten, die müssen verbarrikadiert werden Ja Ok, ziele nicht im Erdgeschoss Ähm Ja, ich muss erst mal die Halt suchen gehen Halt gefunden, aber ich lass das hingestellen Ach du Scheiße, da hast du denn ne Fett geholt, oder? Hey, wo ist denn hier nach oben, oder so? Ach hier Ja Ich hab ein Ziel gefunden Ich hab ein Ziel gefunden Verdammt das hier große Schärfe Brauchen wir Haben wir noch ein Ziel hier drinnen? Ja, ne doch die Scheiße, weiterholt Jetzt ist die Frage, kann ich hier für Leitern steigen? Dann verstecke ich mich um ein Dachgeschoss mit dem Ja, necker Au, das war der Typ, den du angeschossen hast Alter Freund, ey, die kommen übers Dachfenster Über die Dachfenster Alter Freund Ich stell mich mit dir in die Ecke, Sven Alles gut Wir machen das Dachfenster mal, wir kommen rauf Und ganz nach oben auf dem Dachboden Ich war gerade auf dem Handy am gucken Oh shit Ich war gerade auf dem Handy am gucken Jo, die Flasche und Flasche Komm rauf, erster Schloss und erster Bleiber hoch Oh fuck Ich muss ihn nicht gestorben, weil da haben wir Ich versuchten, dass wir es hochgeschossen Mavi down Echt, ist Mavi down? Mavi down Ist das jetzt ein Zombie? Jo Oh geil, die Backen an der Treppe fest, Svenny Oh, sehr gut Oh, sehr gut Das hören sich noch viele an, Sven Hört sich gerade irgendwie so an wie in... Seven Days Ja, ne? Ordner Alter, warum hast du das über... Ah, ne, ich hab grad gesagt, ich hab das überlebt, endlich Knappe Oh fuck Oh fuck Oh fuck Ich sehe nix Oh shit Ah, er hat auch noch zu depth Der hat unseren Überlebenden gekillt Ne, der lebt noch Echt? 60% Come with me Sure Aua Kling, 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 fuck Noch ein Reloaden Das ist der Scheiß, das ist der Marvin, Alter Der hat jetzt alle hier drin, ey Knappe auf Ich hab auch Ich hab die Krüger aus, please Auf, das ist Benni, ich bin hier raus Alles klar Warum hängt der Typ da? Ich hab keine Ahnung wie der Typ da hängt Oh, Benni Oh shit Oh shit Ah ne, das war der Typ, alles klar Der Typ folgt dir, Sven Ja, 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 aua Ja, 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 aua Nur ein Schimpf, direkt wie vorne die, oder? Ja, genau Sucker, yes Komm, Dude Nimm die Beine in die Hand Boah, Alter, ich hab nur einen HP oder so Ne hee hee Ach, es ist noch nie abgeschlossen, Alter Wir sind noch zu früh Echt? Ja, ja Hat er doch nicht gesagt, dass es los geht Das Navi zieht die Schwaners, Benni Oh fuck, Riot Riot Oh, wer hat mich? Oh hau, was hat denn da? Das ist Benni´s Zeug, ja hier. Ist das Benni´s draufgegangen? Ja, Benni´s draufgegangen. Machst du da Riot? Ja. Exakt. Komm, Dude. Nimm die Beine in die Hand, du Quasti. Ich bring dich hier raus, Leben oder Tod. Ist mir egal. Leben, Tod oder Tod. Da kannst du direkt ne Kugel verpassen und kannst selber abhauen. Du, das Land gewinnt, Kollege. Danke, danke, danke. Ah ja, perfekt. Oh yeah, ich hab gewonnen. Nein, du Arsch. Ich wollte den Mavi mit, du Arsch. Kurz vorm, kurz vorm Überleben gewesen, ey. Das war wie ein Easy Prey. Lechte Beute. Ähm, ja. Äh, nup. Äh, nup. Wirklich noch ne Runde, oder was? Wir können gern anderen, ja. Ich hab ein Echo von ganz weit weg gehabt. Dann kann ich wieder nicht anladen, weil er wieder ansichtbar ist. Start doch mal gern nochmal neu. Na, dann start du mal dein Game neu. Okay. Ja, das ist cool. Ja, das ist cool. Äh. Was sag ich mit Rex? So, der ist wieder willkommen. Das ist eine gute Frage. Rex? Ist du überhaupt bei uns im Channel? Naja. Kann ich ja nicht mitschieben. Geh mal gerade her. Ja, Rex. Kann ich gar nicht packen. Äh, servus, kurze Störung. Äh, zockst du jetzt mit, oder nicht? Ich komme jetzt gleich wieder direkt hoch. Ja, okay, dann warten wir auf dich. Weil die Runde ist vorbei. Okay, Rex kommt jetzt gleich wieder hoch. Was haben wir noch zur Auswahl? Ähm, wir haben zur Auswahl. Tritt den Marvin, schlag den Marvin. Hm, verlockend. Ich weiß nicht was. Beiß klingt gut. Ne, wir haben halt noch Hunted, also äh, Escape Hunted Extraction. Flatline. Panic Classic. Und Panic Objective. Ja, mach sowas mal. War es Panic Classic oder Objective? Was ist denn Padlife? Ich hab keine Ahnung, was Flatline ist. Mach das mal. Ah, ich Flatline. Random Flatline. Infection Disabled... Save Charges. Ch-charges. Das ist der Multi-Spieler-Modus. Da-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum Ach ja! Blech ne Banane in dein Ohrrne... 灣 ... ne kleine feine Reife in dein Lieblingsohr hinein. Es ist wahr, sagt wer, so wahr. Gut. Vor allem, wir haben die ganze Zeit auf easy gespielt, ne? Am Anfang, easy. Am Anfang, ja. Am Anfang, ja. Wer fällt übrigens gerade ein, ich wollte noch was über die Online-Apotheke bestellen. Ein bisschen Pep, Heroin, Kokain. Crack, crack, crack. Dazu noch ein Hühnchen, ein Wasby von der Pizza. Genau. Ne, ich meinte, was du zum Frühstück gegessen hattest. Hühnchen, ein Wasby von der Pizza. Achso. Und etwas von deinem Eisbecher. 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 Patrick, das ist es. Wir sind nicht hässlich. Wir stinken nur. Wir schenken, wir schenken. Okay. Rosa, du magst mich doch. Weißt du, als ich sie gekauft hatte? Weil sie weiß. Scheiße, Marvin. Scheiße, Marvin. Wer ne Biene. Mit seinem fetten Gasfeuerzeug, alter. Oh, alter. Marvin, hast du die Videos gesehen, die ich geschickt hab? Ja, aber ich frage mal Gott. Das mit den Hühnchen ist geil, ne? Ja, definitiv. Wenn du irgendwann Hühnchen hältst, musst du das dann auch machen. Also ich muss ja sagen, äh, die Pharmaindustrie verdient echt gut an Diabetikern. Ähm. Okay. Sven? Das ist diese Scheiß-Katze, die sich die Scheiß-Gummi hier ins Gesicht flitscht, Alter. Ja, das hätt ich jetzt auch gesagt. Das Video hab ich dem Marvin geschickt. So. Bin da. Braucht dann jetzt, glaub ich, ne Einleitung. Invitation. Ja, was? Invitation? Normal müsstest du einfach so beitricken können, Rex. Richtig. Kein Game? Nein, über die Freundeslöstersteam. Über die Freundeslöster. Stimmt, das ist natürlich eine Möglichkeit. Bin in der Lobby. Ja gut, dann können wir mal starten. Also wir wissen jetzt, was Extraction ist. Ich stehe zwar noch auf dem Balkon und möchte mal rauchen, aber okay. Egal, die Zombies kommen schon raus. Genau, die kommen raus. Die warten nicht auf dich. Was war das denn, Alter? Interessant. Welle 1 beginnt in 10 Sekunden, okay? Ha, zweites geliefert. Moin. Wo seid ihr? Richtig. Ja, ich bin... Ah gut, Benni, du bist alleine. Ja, top. Top, Frau. Escape drücken, nochmal nachzum. Ich habe keine Lust. Ah, da kommt der Erste. Shit, das ist eine volle Sackgasse. Welt wird in die Zerlöse. Wohl eh to buy turret, okay. Wo sie ich mal Geld. Hab ich Geld? Ich bin eine Katze. Eine Katze. You have not enough money. Echt, du bist eine Katze? Oh, Katze, aber du bist ja schon tot. Klingt ja gut an. Das ist auch eine Katze. Alle als Katze gespawnt. Was ist denn hier das? Warum bin ich eine Katze? Du bist eine Katze bei mir. Ich bin auch eine Katze. Aber du bist auch eine Katze. Ich bin mal eigentlich runtergenommen mit der Katze. Was? Ich bin der Katze runtergenommen. Können wir als Katze irgendwas machen? Nee, da bist du nur Spectator. Man kann mit F die Sicht umstellen. Ich kann dir auch was zeigen, was passiert, wenn ich über euch drüber laufe. Ich hab noch mal eine Schabe gesehen. Kannst nicht über mich drüber laufen. Alter, hier sind so viele Katzen. Wie die González hier. Ja. Zombie-Apokalypse. Hier kommen Wellen. Die werden schon in den Laufen Katzen einfach so doof um den Typen drumherum. Alter. Genug, dass sie die ganze Zeit Wow, 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 macht die so irre. Round-Saber? Was heißt ein Round-Saber? Aus, Schadensfallschläger. Die Gitarre, ey. Ich hab ein Baisy. Seid ihr gespawnt? Warum sehe ich ihr Fußspuren am Boden? Sehr geil, keine Ahnung. Weiß nicht, was das heißt. Vielleicht bist du Zombie. Nein, geh jetzt da antötten. Der hieß die Knopfdrücke, drücken diesen Knopf. Ja, kostet 1000 Dollar, den Knopf zu drücken. Geh schon ins Geld her. Geld und Mord. Oh, Geil. Oh, Munition. Hey, damit. Ach, Buying. You already have full fuel ammo. Du hast 300. Ah, man kann hier Waffen kaufen. Okay. Ich habe 400 Dollar. Okay, kann ich nichts kaufen. Ah, hier sind ja alle Knachner. Ja, hier siehst du alle Waffen. Ich denke, ich höre einen Escort. Was ist das hier? Flamed? Woa? What the fuck? Ernsthaft? Ja, geil. Oh, zusammenlegen, ne? Ne. Hey, hier in your seat. Get ready to thug some dick. Die nächste Welle beginnt in 20 Sekunden, Jungs. Lass uns eine Verteilungsposition aufbauen. Hey, warum wird mir das nicht angezeigt? Auf dem Handy. Du hast ganz viel Holz. Aber wir müssen uns eine Nagelpistole kaufen dann auch. Ja. Eine Nagelpistole? Ja. Nageln? Nageln, ja. Also nageln kann ich aber ohne Nagelpistole. Oh, eine Pistole brauchst du doch was denn? Ach shit, die kommen von da. Wir sind in der Haupthalle. Ah, da. Einer? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der ist ja schon tot, bevor er richtig angefangen hat. Wo bist du überhaupt? Rex, da ist er bei dir. Da ist er im Arm. Ich tuke mich mal auf die Entfernung. Kann man überall so Survivor Helper kaufen. Was ist das? So was? Survivor Helper. Keine Ahnung. Ich erinnere mich an Zombieland. Da kommt ein Riot. Wir haben einen Riot. Zwei Riots. Oh fuck. Oh fuck, ich werde weg. Hilfe, ich werde gefressen. Oh shit. Ich habe ihn hier langfahren zu mir. Wo ist der Sven? Wo wird der Sven gefressen? Oh shit. Ich sehe ihn auch nicht. Wo ist er denn? Ich lauf doch hier rauf. Ach da. Ach da jetzt richtig. Oh fuck. Okay, Welle ist rum. Ab zum Shop. Oh fuck, Alter. Jetzt sehe ich auch wo es schworen. Ja, die führen uns zum Shop. Schip, schip, schip. Oh man hat unbegrenztes Ausdauer. So hier kannst du neue Munition dran kaufen. Kostet die. 48 Dollar. Ja. Da oben gibt es einen Medikits. Ja. Da oben gibt es einen Medikits. Da oben gibt es einen Medikits. Das hat 600. Wir haben ein bisschen. Oh 425. Amaschlocker. Da oben gibt es einen Medikits. Ja, die sind zwei. Das hat einen Medikits. Da haben wir einen Medikits. Ich brauche einen Medikits. Der fang mir das auch direkt rein. Was wollte ich mit den vor da reden? Vor dem Leben. Ich bin nicht gestorben, Marvin. Ich weiß nicht, ob du was gestorben war. Ich brauche mir eine Granate. Ne, ich brauche auch nicht. Ah komm, ich kaufe eine Granate. Ich brauche auf jeden Fall mir ne Naka Granate Das erste was ich mir kaufe ist ne Shotgun Hab ich mir auch gerade gekauft Für Riots Kann ich den Helm vom Kopf nehmen 40 Sekunden noch Jungs Da gehts nirgendwo hin Das ist einfach nur Außengelände Wo die Zombies spawnen Nein ich hab ne Karte Und hier ist ein Terminal Locked Hm Gehen wir wieder nicht selbstständig Nächste Runde Achso der macht den Gnaden zu Da kommt Riots lass mich den übernehmen Lass mich den übernehmen Ja Ah lol Ah lol Mal zu viel Geräusche machen Ey Marvin Ja Schau mal an Marvin schnell Wir haben nicht viel Zeit Guck mal hier 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 Ja Ich fahre nicht schweigen wir nicht Was ist mit den Zombies alter Ich fahre zu Riotschel Alter Alter Oh hier ist noch ein Riotschel Wie valueschel Alter Alter Schieß die mich denn Ja Sie Guck was Ja He Wie viel Schuss hat der jetzt umzeit? Hier ist noch einer Wie kannst du den denn im Leben? Aua, Aua, seit nicht von mir Ja, ab innen Ja Runde vorbei Ach, die brechen einfach dann zusammen? Ja Ich muss ja nicht mal zu Ende erlegen Nein, nein, das ist gewisse Rundenzeit So Äh, 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 äh 120 kostet mich die Munition voll zu kaufen Ja Verdammt, hab ich noch das Geld kriegen, muss ich geben Ah, die kostet nur noch 54 500 Ah, ich spare noch eine Runde drauf, okay Ich brauche noch Munition dafür, sondern Aber dass das Spiel so viele Modi hat, das finde ich echt lustig Ähm Ich habe eine rote Keycard Ich weiß nicht, wo ich damit rauskomme Hinkommen, was auch immer Wir haben hier auf der Dings ist tatsächlich ein Fragezeichen Das wollte ich mal die ganze Zeit checken Oh, was ist denn das für eine Kiste hier? Mystery Box Genau die meinte ich, was ist das Sven? Keine Ahnung Fast 1000 Ah, okay Welche Keycard hast du? Eine rote Ja Ihr ist rot hier, hier bei mir Bei mir Das ist ja nicht benutzen Ich weiß nicht, vielleicht geht das Geht das nur Ja Okay, nächste Welle fängt an Okay Okay, Benni, zurück Bin aber raus, ne? Ja Hä? Sollt ihr rausbleiben? Oh fuck Alter, Alter, Alter Alter Alter, wo kommt die Ball her? Aus der Decke Wer ist denn? Ach, das ist Rex Wacht doch grad, was ist denn das für ein Bot? Boah Ich bin wieder an der Rezeption, an der Info-Schalter-Gedönsrats-Ticket-Gedingsse Yes Works Da kommt Wight-Shield Also Wight-Typ Wight? Ja, wo? 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 Ja Arten wo kommen die von dem Dach oder was Ja 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 Achtung Achtung Oh, wir haben zwei, weil ihr tut hier ... Aua, 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 Aua! Ich verstehe, es geht nicht, dass wir nicht mehr in den Kopf haben. Ich kann hier jetzt, hier gibt es den Knopf. Ah, hier ist auch ein Shop. Und jetzt? Wo ist der Turret? Ach, das ist der Turret. Ah, okay. Ist da auch ein Shop oder ist er da jetzt hingekommen? Da habe ich noch. Ja, ich bin hier in die Escort. Ist aber alles gleich, oder? Ja, ja. Ah, okay. Ah, ich habe jetzt eine Shotty. Kann ich mir das irgendwie zurechtlegen? Nee, du musst es hinwerfen und dann in der Reihenfolge aufsammeln, wenn du es haben willst. Ah, das ist schon gut so. Hey. In 30 Sekunden noch, Jungs. Ah, ich habe mir auch eine Shotgun gekönnt. Geht's halt auch noch nach oben, Jungs. Ja, ich bin im ersten Stock. Ich check den gerade. Hier ist auch Holz. Ich bin im zweiten Obergeschoss jetzt. Ja, ich bin auch ganz oben. Ah, da ist das, wo die Zombies runter springen. Die ganze Zeit. Ich komme auch runter. Hier vielleicht irgendwas, wo ich die Keycub benutzen kann. Ja, da habe ich mich auch gerade am Suchen. Tipp los. Oh, fuck. Riot, Sven. Ich bin auch noch nicht in der Hand. Ich bin auch nicht in der Hand. Oh, shit. Oh, shit. So, ich bin auch nicht in der Hand. Oh, Alter. Ich komme, bin da bei euch jetzt wieder. Oh Gott, das geht. Ist es Riot? Ist es ich? AHHHHH! Riot. Brauch. Alter. Da sind viel mehr Wanner dabei, ne? Amt, Dungsfern hinter dir auf dem Boden. Aufblick. Verdammt. Verdammt. Verrões! 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 Unden, zweit! Verrões! Oh nein, nein. 2 Reins 2 Reins 2 Reins Apto, bei mir links, Reins Links, Reins, Reins Weg, weg, weg Weg, weg, weg Nichts, Macher Alles klar, wir haben es geschafft Ich glaube ich höre unsere Elfkurs Welchen Pumke habt ihr euch geholt? 500 Ich hab mir die Benelli geholt Wir brauchen schon ein bisschen was Du musst für jede Pistole Für jede Waffe einzeln nachkaufen Ja, ich hab schon gehört Was? Also kriegt doch niemand Wird das Geld Dann Wir brauchen Portos Geld Was, du kannst du so ein Flamme verkaufen? Jo 50 Also Holz gibts hier genug Hier liegt ne Nagelpistole Ja Hier vorne kann ich natürlich nix verbarrikadieren Da kann ich nix verbarrikadieren Du musst erstmal das Holz noch rollen Oder hast du das? Ich hab Holz Aber hier die Türen kann ich nicht verbarrikadieren Wird auch keinen Sinn Ich kann auch die Gänge nicht verbarrikadieren Die Hauptgänge Wir könnten uns höchstens oben irgendwo In den Büroräumen verschanzen Aber da haben wir echt wenig Platz zum Weglaufen Das ist wahrscheinlich später wichtig Wann es endlich abgeht Wow Hey, haben wir irgendwie nen Shooter oder so? Ja Ja, den hab ich gekauft eben Ja, den hab ich gekauft eben Wo steht denn das? Da steht da weg Da steht da weg Ja, wo kannst du Wo kann man das lassen? Ja, wir sehen über die roten Knappidee sind Bei manchen sind das Töme Die kosten 500 Macht das, bringt dir das auch mehr Geld? Äh, das weiß ich nicht Lass mal einen leben Wo der zu meinem Torhaut hin abknallen kann Hat ja gut funktioniert, alter Entschuldigung Ja, das ist doch Wann geht da oben, Alter Ich hab keine Ahnung Da steht da oben, Alter Ja, da steht da oben Ich hab keine Ahnung Ach, woher die Typ Ach, woher die Typ Da kommt der Weg zugleich 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 Boom Das ist doch noch drei Ja, woher die Typ G1 4 Tadam 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 Verdammt, ich mach die Vanade gegen die Hütte. Weit. Okay. 755. Das ist scheinbar immer woanders, wo man kaufen kann. Ja. Aber ich hab gedacht, vielleicht kann ich jetzt hier aufmachen. Naja. I think I hear our escort. Ah, der wechselt wahrscheinlich irgendwann seinen Standort, ne? Das kann sein. I think I hear our escort. So. Marvin, willst du eine Schrotflinte haben? Wollen wir seine kaufen? Da. Oh, was kaufst du denn jetzt dafür? Ich kauf mir die Mauspargy. Der 600 hab ich mir jetzt gekauft. Werde die hier geholt. Immer. Freddy, ich hab mir hier die geholt. Welche. Hier. Die, die hab ich gar nicht mehr gesehen. Ach, die, die hab ich gar nicht mehr gesehen. Was ist denn die für? M4, ja, ja. Die ist halbautomatisch, ne? Ja, aber brauch ich nicht unbedingt. Muss sie nicht pumpen. Wollen wir ihn vielleicht noch herholen. Ich glaub, es gibt keine Kohle hier. Kann ich noch irgendwo einen Turret hinstellen mit der Gitarre weglaufen? Ich glaub, nächste Runde ruhig mal den Flammenwerfer. Gucken, was der kann. Ich weiß nicht, was wir mit diesen Keycard machen können hier, ne? Ich hab auch keine Ahnung. Was ist das da hier? Ach, das ist eine AKSU sogar. So, ich hab hier auch noch mal einen Turret gekauft. Okay, sie kommen. Nein, boys. Nein. Mein Schmutter kommt auf dem Handy. Ich glaub, ich hab ne Nachrichten. Ich hab gar den New Message. Alter, hängen wir doch. Geht doch. Geht doch. Geht doch. Geht doch. Geht doch. Geht doch. Ja, tut. Riot, 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 riot. F***. Oh ja. Ich hab ein 108er-Pick. Ja, ich hab's gesehen gerade. Aber wie viel jetzt auf uns? Für uns dann. Ich hänge. Ich bin auf Fressen und klopke uns. Ja. Ja, man merkt's. Die Zombies sollen noch auflaufen. Dann bin ich wieder dran. Ja. Echt? Ja, weil die legen die. Danke. Oh, ein Reil, ein Reil. Ja, komm, okay, runter. Schaut werden auch hart. Wetter die Arten hinter uns. Dritte und hinter uns. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Skoi, low. Zwei wires. Zehn heats. Ah, ich werde die Gank von zwei wires jetzt. Oh shit! Reloading! Sonst glaub ich immer nur 1.000, ne? Was? Ja, weil das da ist jetzt weg. Ja, ich hab's gesehen. Wo kaufst du das Tourette nochmal? Das steht, das steht dann hier. Da sitzen nur Knöpfe und dann kannst du den da drücken. Ach so, die 1.000 kosten da? Nein, 500. 1.299. I think I hear our escort. Jetzt mich verarschen, da ist einfach ne Dose mit dem Feuerzeug. Ist doch schon egal, dass das eine Dose ist. Ich hab wohl... Ich hab halt nicht gedacht, dass das... Wirklich halt ne Dose mit Feuerzeug ist. Ja, ich hätte auch gedacht, dass da was anderes kommt. We should barricade somewhere safe and hold out. Ich hab nix gemacht, Alter. Doch, du hast mich angezündet. Ich hab gar nicht in deine Richtung gezündet. Ich hab gebrannt. Guck im Stream. Ich hab gebrannt. Ich hab gebrannt. Guck im Stream. Ich hab gebrannt. Ich hab' den Flammenwerfer. Und ich werd' den benutzen. 4 Sekunden. Welche Knöpfe trittst du hier in Gaut? Nicht an Dauer. Da sind einfach so Knöpfe. Da kannst du kaufen dran. Die sind überall verteilt. Au. Oha. Oha. Alter, die verschiegt. Nein, hier. Oha. Oha. Alter. Ich hab' den mal aufhört mich anzuzünden. Ah. Die zünden mich nicht an, Alter. Für Zombies an. Ja, aber die zünden uns dann an. Das war ich doch. Okay, das war ich doch. Oh, tschüss. Ich hoffe du brennst jetzt. Weißt du, Allah! Weißt du? Ich werde nicht durch Zombies geküllt, sondern durch Zombies, die der Sven angezündet hat. Voll im Ding. Ganz eins. Diese Klappen-Anivation scheint nicht ganz wichtig zu gehen. So eine Säue. Ich zünd mich aus. Alles klar, hast du rein da. Das haben wir schon gemacht. Ich glaube, er hat. Oh, fang, 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 fang. Verdammte Scheiße. Oh, Y-Chip, Y-Chip. Sehr schön. Oh, ich fach, ich war schon hier. Kannst du noch weiter? Nein, nein. Die Dose ist halt irgendwann leer. Ich hab richtig viel Geld gemacht, glaube ich. Ja. Wir sind als Freunde angewiesen. Doch. Oh, Akalex ist nötig. Echt? Ja. Oh, das haben wir gleich. Fuck, auf, 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 auf. Oh, land. Oh, land. Oh, land. Oh, land. Oh, land. Oh, ein Reyes. Oh, land. 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 Reloading. Ah, ja. Ja. Oh fuck. Nein. Oh, der nächste Ball kommt. Gut aufbleiben. Ich bin gleich down. Oh, der ist leer. Oh shit. Oh, oh, oh. Wir sind sicher, Junge. Wir sind sicher. Der rechts ist da und ich hab keine Mutation drin. Der rechts, Alter. Der rechts. Ist du jetzt wieder am Leben? Ja, ich hab 1672. Hast du deine Waffen verloren? Ja, aber ich kaufe mir wieder einen Flammenwerfer. Waffen vielleicht da, wo du gestorben bist? Keine Ahnung. Aber ich muss hier mal kurz kicke. Nö, nö. Didi spawn. Ich glaube, ich höre unseren Escort. Oh, was wir jetzt verkaufen? Ach du Scheiße, Alter. Ich kaufe mir jetzt mal diese Misty, wie ich praktisch will wissen, was das ist. Oh, ich kriege einen Scheiß Banjo da raus. Ich verarsch. Geh mal, wir guck. Marvin, hier, komm mal raus. Steig gekostet. Komm mal her. Tausend. Hier, da, guck da. An den Knöpfen hier. Wo steht das dann auf? Genau da, wo du es kaufst? Das stellt sich dann da, wo du es kaufst, ja. Ey, kommt mal her. Wir verbarrikadieren uns jetzt mal hier hinten in dem Raum drinnen. Welchen? Hier drin? Oh ja. Nein! Ah, ich bin rausgeschlossen worden. Ah, Leute, mal rausgekommen. Wenn ich gekauft habe, haben wir einen Refrieren vollen Besonderesbron. Klasse, ich habe eine Gitarre. Ja, läuft bei dir. Also, das ist mir schon, dass die eine 1.000. Ich habe 1.000 Dollar dafür bezahlt. Und ich habe diese Scheiß-Gitarre rausbekommen, Alter. Was sollst du bis Rebox, ne? Hätte ich auch was Cooles draus haben können. Hätte ich auch ein wenig. War auch das ein Hobby. Oh, shit. Das wäre eigentlich eine gute Idee mit dem Verbarrikadieren. Wird das Holz eigentlich weniger? Das weiß ich nicht. Ja. Mal schon. Da steht da eine Anzahl, die wir euch nacken ziehen. Ja, ja. Das wird auf dem Stapel weniger. Achtung, Leute. Hier ist noch ein Keller, Alter. Gibt noch einen Keller. Echt? Ja. Oh, oh. Team, fall back. Hallo, fall zurück. Komm zu uns, hallo. Hallo, hier. Zu uns, hallo. Los zu uns. Ach so, hier, komm. Komm. Komm, komm, Tom. Mami, jetzt bewegt deinen Arsch, Alter. Oh, hier kann man sich gar nicht verschanzen. Hier ist jede Menge Holz und nur zwei Eingänge. 12, Rex, Alter. Bewegt deinen Arsch, Mann. Komm. Komm mal, komm weiter, komm. Komm mal, hier. Zwei Eingänge und jede Menge Holz. Komm, komm, komm. Komm, 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 komm. Kannst du keine Waffen von einem anderen nehmen? Ich hab schon jetzt hier eine Schmutz angegeben. Ja, ich hab schon hier eine Schmutz angegeben. Hä? Ich weiß nicht, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, aber ich weiß nicht. Wo ist der Marvin? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Wo ist der Marvin? Wo ist der Marvin? Ich bin ja da draußen. Oh, hinter uns, hinter uns, hinter uns! Oh, fuck, Alter! Ich bin sowas von deinem. What the fuck, Alter? Was war das für den Boden? Alter, die sind am Boden. Den Boden. Oh, nein. Alter, er schießt doch. Hinter dir, Rex. Hinter dir, Rex. Cool. Meine Güte, wie reagiert ihr? Ich sag hinter dir, der dreht sich nicht um, ey. Ja. Ich hab den kaputt hierhin, wixer, Alter. Da, ich schweck hier. Ich hab ne Gitarre, Alter. Wo gibt's dir das denn eigentlich? Halt drauf, halt drauf, halt drauf! Was? Guck mal, der hat ne Kisse gedrofft gehabt. Oh, Mann. Ey, ich hab einen Banjo. Alter, was ist das denn? Au, nur so ein Cheater, Alter. Alter. Ey, Leute, guck mal, die sind da gerade hier alle aus dem Schacht rausgefallen. Die wollten ja alle gerade rauskommen. Hey, wohin geht das hier noch? Ich bin jetzt wieder raus. Hm? Wo ist der Typ? Keller unten. So, du Keller. Ach ja, leck mich am Arsch, jetzt nicht oben, weißt du? Oh, Medikit, wo sind die Medikit's? Ja, ich bin gerade oben hingelaufen, zu da, wo er eben war. Das Medikit ist nur für, wenn du, ähm, unterwegs dir was reinhauen willst. Sonst, du sponselst dich hier mit voller Rundfunk. Ja. Warte, ich hab's vergessen gehabt. Dann war ich auch immer, wir haben voll. Okay. Guck mal, da kam so andere. Du kannst eine Kika kaufen. Was ist die Benelli? Ja, die steht da an der... Ah, das ist schon besser. Guck mal. Das ist ein... Hier ist ein Raum mit nur einer Tür, Jungs. Können wir Waffen verticken, ne? Nein, du kannst nichts verticken. Aber hier ist ein Gas-Zähler, muss das sein. Da ist hier ein Gas-Druck. Ich hab gesagt, nein. Let's keep this keycard handy, these women. Äh, was kann man damit machen? Ah, man kann die hier oben... Man kann die hier oben, ist ein Müllcontainer, da kann man die tatsächlich reinschmeißen für einen Teil von seinem Geld. Ach, du Scheiße, Jungs. Ach, du Scheiße. Ah, okay. Okay, ich helfe nicht. Ich war ganz ruhig, die Däger. Ich halte euch den Rücken frei. Wir haben hier einen Raum, wo nur eine Tür drin ist. Kommt, 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 kommt. Hier, der Raum da, der Raum da, hier, der mit der guten Tür, hier, 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 der hat nur eine Tür. Lass uns hier die Türen verteidigen und sonst können wir uns da zurückbeziehen, wenn's zu heiß wird. Ich checke mal gerade, wo es hier hingeht. Jetzt, wenn die Granaten wieder verfraschen. Okay, da kann schon mal nix herkommen. Das war einfach umgedreht. Ach, das ist hier, wo unser Raum war. Okay, machen wir Achtung, rechts. Also, mit einer Nahkampfwache macht man ultra viel Geld. Ja, ja, aber ja. Ja, ich krieg fast 50 mit einem Kill mit einer Nahkampfwache. Alter. Scheiße, Bankhaße hier. Mein Räger, wirklich bist du. Get to the Fraction in the Ape. Luka, was ist mit dir hier? Was? Oh, fuck. Get to the Fraction in the Ape. Wo ist die Extraction? Okay. Guck mal nach. Oh, noch ein... ...ein großer, böser. Äh, die Pfeile da, oder? Verdammt. Ja, die Pfeile nach oben. Ja, nach oben, ist hoch. Wir müssen nach oben. Boah, Alter. Ich hab Explosivmonie in der Shotline auf einmal. Boah, ist ja übel. Ach, jetzt weiß ich auch noch nicht so viel Geld mit dem Ding hier gebrauchen hat. Das ist nicht. Das macht mehr Damage, wenn ich direkt doppelt Geld oder dreifach. Das ist nicht so viel Geld mit dem Ding hier gebrauchen hat. Und da... Und da... Oh, das ist ja ein bisschen... Hilfe! 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 Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Shit, Alter! Wo müssen wir hin? Wir müssen... Ja, ich kann nicht gucken. Wir müssen... Äh... Ich seh es nicht mehr. Die Extraction-Polze sind weg. Die sind hinten bei dir vor... Nee. Geh... Aber! Alter! Hier vorne, wir müssen hier vorne lang. Hier vorne, hier vorne, hier vorne. Fuck. Zu mir, zu mir, zu mir, zu mir. Ja, nach vorne. Nach vorne gelaufen zum Container. Ja, aber... Ober, Ober. Oh, scheiss! Die Wand ankommen da viele. Oh, was? Alter, ich hab da ne Waffe drin in mir gezeigt. Hab ich doch gesagt eben. Hört mir eigentlich einer zu, wenn ich rede? Ich versteh dich nicht. Ich hab's eben gesagt, bevor die Runde angefangen hat. Ich bin doch ich down. Ich bin down. Ich bin down. Ich bin so was von down. Ja, ich bin down. Ja, ich bin down. Ja, ich bin down. Oh shit, ich bin down! Oh shit, ich bin down! Ich bin jetzt down. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Aua, 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 ich bin jetzt down! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Ah fuck ey! Okay, jetzt hat es leider nicht ausreichend gesagt. Alter, fuck ey! Okay, jetzt waren wir doch ein bisschen verwirrt. Was müssen wir jetzt machen? Keine Ahnung. Welten überleben und dann können wir irgendwann abbauen. Ja. Oh mein Gott, leider. Aber das hat mir jetzt gereicht mit dem Welten überleben hier. Mhm. Also Feierabend. Wir können auch Feierabend machen, ich hätte jetzt einen anderen Modi einfach vorgeschlagen. Ist auch gut. Was? Da wäre ich dabei. Wir hätten noch, ähm... Aber ich verstehe nicht warum die das Flatline nennen, wenn es Wellenmodus ist. Also da hätte ich das eher den Game Modus Zombie Waves genannt. Oder Wave Survival oder sonst irgendwas. Ja. Ja. Also wir hätten jetzt noch Panik Klassik, klassisch und Panik mit Zielen. Aufträgen, Aufgaben. Hm, klingt gut. Ja, was denn? Ja, Panik. Ja, was davon? Normale Panik mit Klassik oder? Panische Panik. Ultra Nightmare Panik. Ja, genau. Ja, Nightmare. Also Panik Klassik. Ähm... Jetzt bin ich verwirrt, warum sind das jetzt immer so viele Spieler-Slots? Keine Ahnung. Hm. Ist das jetzt Team-Best Match oder sowas? Das ist wahrscheinlich ein PvP, ne? Ja, ich glaube auch. Marvin fehlt, by the way. Scheiße, Marvin! Ihr seid scheiße. Du bist scheiße, Marvin! Hey, 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 Jungs! Nicht so heftig hier, der kann auch nix dafür. Jetzt halte ich mich ein, danke für nichts. Ich bin wirklich gespannt, was es ist. Waiting to lobby your server. Waiting for more players, bin ich. viel Score? Ich muss. không Konektiku... Konektikat... Konektiku... Konektikat... Ich glaub den Neo... Lekt... Haha... Wurbel die Katze... Lol... Warum hast du ein Katzenbild drin? Bist du tot? Okay... Was ist das hier jetzt? Der A20 Zombies spotted in the area... Okay... Also das wäre jetzt schonmal nicht bei mir... Ich bin bei nem Zug... Ich bin auch bei nem Zug... Tatsächlich auch... Nicht schlecht... Okay man kann hier in den Zug rein... Irgendein Keller gespawnt... Was? Bist du beim Killer gespawnt? Beim Keller... Das ist nicht Tarko... Ich glaube... Ey kann man hier Zeug finden? Jaja ich hab ne Waffe schon gefunden... Ich bin über drei... Was zum... Ja geht da gerade ab... Ähm... Was... Was passiert? Was passiert? Was passiert mit mir? Oh oh... Neo ist ein Zombie... Neo ist tot... Panic... Das ist quasi... Einer spawnt dann nach ner Zeit als Zombie... Ist das dämlich... Und... Ja... Toll... Ach... Das ist jetzt quasi... Das ist jetzt quasi... Die Drahter oder was? Ja... Scheinbar... Fuck... Hier ist der Traitor... Das wusste ich... Jetzt ist die Frage... Jetzt ist die Frage... Ob Marvin jetzt down ist... Okay... Ich hör den Marvin... Hahaha... Hahaha... Fuck... Komm komm ich krieg'n... Einen Kopfschuss weg... Oha... Alter war das... Wo... Wo... Wo war das? Das war im Zug... Ey... Welchem Zug? In einem von denen... Hilfe... Ich bin am Ende... Ich bin an einem der Enden... Wo bist du... Sven? Ich bin jetzt auch... In irgendeinem Zug... Ah... Ich bin hier... Ah... Keine Ahnung... Was ist denn jetzt für eine Fähigkeit? Toll... Ja... Was ist das? Habe ich jetzt eigentlich... Einen von euch gekillt oder nicht? Ja... Mich... Es gibt nur die zwei Zombies... Oh... Noll... Ach guck mal... Hier liegt einer von uns... Siehst scheiße aus... Siehst scheiße aus... Haha... Er ist ja total bescheuert... Ja... Hat die Pistole... Die überhaupt... Der Mensch gemacht gehabt... Wenn... Mit wem redest du? Hier... Ich hab doch auch dich auf... Hinter der Pistole oder? Ja... Hat das was gebracht? Ja... Ja... Das wär jetzt deine Chance gewesen... Marvin... Ja... Ja... Das Magazin war nämlich nicht geladen... Aha... Weiter... Ich hab das gewusst... Das heißt aber, dass der Neo hier auch irgendwo rumgeistert... Ja... Wir schießen quasi... Halten einfach nichts aus... Ich bin lieber auch ein Bunsen... Ich hab mir auch keine Tür im Kopf geschlagen... Toll... Ja... Freak... Das ist... Haha... Nein, du hast mich Freak genannt... Oh... Ja... Ich bin ein Homer... Ja... Warum sind Zombies eigentlich so dumm für Türen aufzumachen? Ja... Ah, wen haben wir da umgelegt? Sven... Sven, da oben sind noch Waffen... Ich hab's umgelegt... Bestimmt geh ich jetzt da hoch, Rex... Nein... Ohne Mist... Also wirklich noch Waffen... Sonst würde ich einfach gar nicht sagen... Fuck... Nee... Webpage... Oh... Oh... Fuck... Fuck... Na auf, Rex... Na auf... Alter... Diese Schrottse, Alter... Hahaha... Verdammt Marvin... Warum bist du uns weggegangen? Nee... Ich bin ja dann... Er hätte auf uns beide nicht gleichzeitig schießen können... Ja... Schon mal zweimal erwischt... Ach, lol... Das hat einfach gar nichts auf... Aus... Ja... Der gefährlichste ist der Benni... Weil ich wieder hängelblieben als zurückgehen wollte... Ich bin auf jeden Fall mal fett der Home-Up-True... Ja... Ich bin ja langsamer... Einziges asozial ist halt... Die könnt halt sehen, wo ich hinlaufe... Ja... Ich hab einen von euch schon gesehen... Erh... Wie schön... Wo läufst du hin? Entschritt wird er ja Wo läufst du hin? Verdammte Scheiße Ja und du kannst natürlich auch so super springen Das ist glaube ich interessanter mit mehr Oh ja definitiv Das ist ganz cool Weil ähm Die Zombies haben nämlich nur 20 Leben insgesamt Hast du das denn gesehen? Ja da haben Zombies lives 20 Ja Also muss das tatsächlich ein bisschen tanknisch glück spielen Kannst dich nicht einfach komplett reinwasten so Ja 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 Einmal habe ich mir schon die Birne weggeschossen Der ist jetzt auch ein Panzerzombie, oder? Nein, der ist ein normaler Zombie Voll rum ist der Benni, der ist eben ein Panzerzombie geworden War Zufall glaube ich Das ist wohl ein Lack ey Scheiße Stärbst du denn nicht alter? Verdammte Scheiße Das ist ein Panzerzombie Also wird der Erste doch immer zum Panzerzombie Also wird der Erste doch immer zum Panzerzombie Weil das Das ist halt erst wenn man die Türen zumacht Dann braucht man ewig, bis wenn der da durchgeschlagen hat Ja, aber dafür musst du dich noch einmal kaputt schlagen, dann ist sie kaputt Ja Das hat auch keiner von euch gesehen Was? Ja, das ist halt durchaus wirklich schon gut mit anderen Ja, ist es auch Ja gut, das ist jetzt ja classic, was ist das andere? Was war das andere? War mit Objectives, also mit Zielen Aber es ist halt trotzdem eine PvP, ne? Ja natürlich Alles PvP Okay Hey X, ich höre dich Oh Ich sehe dich Wenn du siehst, wie sie willst du mich sehen Oh fuck Ah Oh scheiße, Hilfe, Hilfe, Hilfe Hilfe Verdammt, drei Hits, ne? Ohne Mist Drei Hits, trotzdem Okay, danke Habe ich mich erschreckt grad Passiert Da ist er, da ist er, da ist er Von Hinter dir, Sven, hinter dir, hinter dir, hinter dir Hinter dir, hinter dir, hinter dir Siehst du, du fasst ja gar nicht an, wie willst du das denn machen? Ich müsste euch jetzt hinterherlaufen, bis irgendeiner mal Ja 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 Aber wenn du ja meistens wie PvP spielst, dann bist du ja nicht so vorsichtig Ich werde noch vorstelle reden Ah, passiert Hier, ähm, ich glaub mir jetzt, dann braucht jemand Ah Ah Okay, man kann durch die Fenster hier, das ist uncool Das Ding ist halt, der, man hört den Sven halt auch, ne? Rex muss er Bei den Rex, ja Ja, aber ich hab so das Gefühl, das kommt so von überall mäßig Ganz genau zuordnen ist irgendwie schwierig hier Jetzt hört sich das so an, als wenn's genau hinter mir wär Jetzt zähle ich um, bumm, rechts Weißt du, was ich mein, Benni? Ja, ja, ich hab's gemerkt Ah, da kommt er rechts, von der Treppe hinten Genau Was? Warum hast du das gehört? Weil ich direkt unter euch gestanden hab WTF, wer hat die Granate hingeworben? Sag mal wie nicht So hindert, alter Pass tot jetzt Loll, hast du, hast du schlagen genommen? Ich weiß nicht, aber ich brauch auf jeden Fall nicht mehr so, äh, ganz heile Aber eigentlich müsste ich so komplett tot sein Unten in den Zelten gibt's übrigens noch mehr Munition Wichser, Marvin Oh, Wichser Da fährt die Scheiß zu Sorry Und, tu mein Game Mode wechseln, oder? Ja, nirgends Ja, gibt keinen anderen Game Mode mehr Also wir können jetzt entweder nochmal Escape zocken, oder wir lassen's Ja, weil die Sechs ist los Das andere ist das gleiche, quasi nur in, ähm, Ding In, ähm, mitzielen Im Metskid, oder so, hier rumliegen Ja, guck mal was Ja, dann halte ich doch mal selber, Alter Aber wir wechseln ja jetzt eh den Spielmodus Wenn ich das kreis gefunden hab Oh, hier kann man hoch Oh Das ist ja interessant Was hat der Sven gefunden, das will ich mir noch angucken Ah, Tatsache Geil Äh, äh, sehr schlecht Ja, also da ist es Ziemlich unmöglich, sich anzuschleichen Ah, sein Marvin Hast'n, hast'n Marvin? Ja, ja Äh, Marvin, äh Ist verkehrt Wo siehst du mich denn? Du bist da oben in nem Raum, du musst da wieder raus Da, wo das Fenster kaputt geht Hey, wo bist du? Ich seh' jetzt seh' ich dich nicht mehr Das ist da rechts Da kam der Rex grad Joa, lass'n wir versuchen Lass'n wir ein bisschen rankommen Weil das hier ist wirklich Camping vom Feinsten Hier kannst du da voll vergessen Wenn du mit drei, vier Leuten stehst Dann kannst du noch mehr eine Chance ranzukommen Ja, also ich komm' wirklich schon mit einer riesen Horde Und du musst nachladen und sowas Ja Ja Ah ja, das weiß ich Das ist ja Das ist ja Das ist ja Ja, wir machen aus Bling Obwohl, wieviel haben wir denn, Jungs? Ach, ne, komm, ich Ja, ne, komm, ich muss morgen wieder früh raus Klingt doof, ist aber so Ähm, joa Ähm, hatte ich überhaupt Zuschauer? Ja, Tatsache, ein paar sind da Hi Ähm, gut, wir machen mal Feierabend für heute mit dem Stream Ähm, sind auch schon wieder zwei Stunden fast voll Keine Ahnung Ähm, danke fürs Zukunken Gerne das nächste Mal wieder Ciao, ciao Jungs, sagt auch mal tschüss Ihr sagt nie tschüss Tschüss, tschüss, tschüss Tschüss, tschüss, Zarega Ja, meine Güte Tschüss, tschüss, tschüss 31 31 35 35 47 44 43 41 45